Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Rayman Legends. Es ging hier weiter in Back to Origins, in den Schattenspielen. Da sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Ich erinnere mich an die meisten Level von Origins nicht mehr wirklich, ne? Ach du Schiet. Ich erinnere mich, diese Schatzkistenjagd, ne? So, lauf, lauf. So, hier rüber. Und da ist jetzt der letzte Kleinling drin? Ging ja doch relativ einfach, ne? So, irgendwie. Aber ich sollte das nicht so leichtfertig sagen, ne? Denn ihr wisst ja selbst, ne? So manche Schatzkistenrennen in Origins, die haben mich echt Nerven gekostet. Ja, wir nehmen uns so langsam der Hälfte der Lumps, äh, der Lumps der Kleinlinge. So, wir sind hier eigentlich fertig, ne? Mehr können wir hier noch nicht. Das heißt, äh, einmal zurück, bitteschön. Moment mal, ich hab doch Rubbellose. Vielleicht ist da gleich wieder eins dabei. Nein, es gibt 500 Lumps. So, was hätten wir noch? Einen Kleinling. Und vielleicht noch ein Gemälde? Hm, so. Das wird ein Kuscheltier. Nee, oder? Doch, wird ein Kuscheltier. Nee, doch. Ja, ist gut. So, das letzte Glückslos. Na, guckt mal an. Neues Gemälde. Ist das vielleicht gleich hier bei uns? Vielleicht, vielleicht, vielleicht? Nö. Dann würde ich doch fast sagen, ähm, einmal hier zurück. Und ab in das nächste. Desert of Digi-Redoos. Oh, das war gut, das war gut. Ähm, da gab's hier, da gab's hier schön, ähm, da sagt es mir, schöne Musik. So. Ach, das war das. Ach ja, ich erinnere mich, ne? Äh, warte mal kurz. War hier irgendwas? Nee. Ach, ja. Moment, da unten ist noch was? Ähm, ja. Äh, hallo? Ich hätte gerne meine Lumps. Ja, das weiß ich auch, dass ich das in der Luft gedrückt halten muss, um zu gleiten. Äh, warte mal, da ist was drin. Okay, das war nur eine Münze. Okay, das war nur eine Münze. So, was hätten wir hier? Ein paar, paar, paar Lumps. Soll mir jetzt auch egal sein, ne? Mir geht's hier eigentlich rein um die Kleinlinge. So, hätten wir. Ach ja, genau, da durfte ich ja nicht reinspringen. Da war ja was. Da war ja was. So, aufladen. Aua, aua, aua. Oh, du, du gemeines Stück. Wirklich nochmal vom Anfang. Ne, das ist nicht der Anfang. Oder? Doch, das ist der Anfang. Böses Federvieh. Ne. So, einmal hierdurch. Nein, hierdurch. Ich hätte gerne die Münze. Dankeschön. Hatten wir in Origins wirklich so bescheidene Speicherpunkte? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ne? So, jetzt aber. Lass das. Und zack. So, jetzt aber. Ne? Und hier oben haben wir ein... Uuuuh. Uuuuh. Jetzt aber. Mein Kleinling. War jetzt doch ein bisschen anstrengend. Aber nur ein ganz klein wenig. So, da muss ich einmal drüber. Weg mit euch. Na, wen hätten wir denn da? Guckt mal, noch ein Kleinling. So, das passt. Na. Ach, da war ja was. Mhm. Also, das heißt, ich muss hier drauf. Dass ich hier rüber kann. Das mitnehmen. So, hier war... Denke ich nichts. Na, da habe ich hier... Das Ding voll verpasst, ne? So, weg mit dir. Ich würde anhalten mir, aber da ist es nicht. Aber da oben. Schon gesehen, mein kleiner. Mein kleiner, kleinling. Mhm, 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 mhm. So. Zack. Zack. So, hier hoch. Ich bin jetzt eigentlich nur noch mal aus dem Grund runter, weil ich dachte, da oben ist noch was, ne? Äh, da oben, da unten, ne? Ja. Heute habe ich es aber auch irgendwie mit den Lumps, ne? Die wollen nicht so, wie ich will. Oh, aua. Nein. Ach, komm. Machen wir es uns einfach. So, uns fehlt noch ein... Uh, 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 uh. So, Moment. Einmal hier hoch. Diese widerlichen kleinen Biester. Gehen wir gerade echt auf die Nerven, ne? Wer damit. So, wartet mal. War nicht hier oben noch was? Ja. Dachte ich mir doch fast. So, und du musst leider auch noch sterben. Denn das ist mein Kleinling. So, und du musst leider auch noch sterben. Das war jetzt schlecht. So, hier lang. Ich hätte noch gerne das hier unten. Ja, das hätte ich mir auch sparen können, ne? Wenn wir uns mal, wenn wir uns da mal, mal einig sind. Und zack. Hab ich jetzt eigentlich alles? Äh, ja, wir haben alles. Boah, haben wir schon wieder Lums hier abgegriffen. Das ist Wahnsinn, ne? Wir haben fast die Hälfte der Lums. Aber nur fast. Ähm, tückische Winde. So viel zu dem Thema. Meins. Oh, immer diese, diese kleine Anzahl an, an Lums hier, ne? Okay, dann können wir da auch durch. Okay, nehmen wir noch mal mit. Und, dass wir hier irgendwann mal fertig werden, ne? So. Na komm. Au. Und das alles nur für Lums, ne? Das würde ich gerne noch mitnehmen. Dann einmal hier durch. Und zack. Uuuuuh. Okay. Hier du auch. Der, der war gut, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da springe ich doch eiskalt noch über diese, über diese, über diese, über diesen Abgrund drüber, ne? Das ist super. Nee, 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 nee. Es gibt einfach Sachen, die muss man nicht verstehen. So, meine Lumps. So, was hätten wir hier? Einmal hier lang, hier runter, den Kleinling befreien. Die mitnehmen. Wow, wow. Wow. Warum habe ich mir gerade noch mal das Herz geholt, wenn ich ihr eins habe? Naja. Weil wir es können. Ich sag das jetzt einfach mal so. Wow, langsam. Du bist wichtig. Durch da einmal ins Auge piksen und weiter geht's. Da haben wir was. Da höre ich einen kleinen Link. Na, komm her. Also, ich glaube mal, in dem Level schaffen wir nicht alle Lumps. Da müsste ich jetzt schon sehr, sehr viel Glück haben. Aua. Warum warte ich hier nicht einfach? So. Genau das habe ich jetzt gebraucht, ne? Dass ich in den Tod springen kann. Genau das habe ich gebraucht. Aua. Das ist wieder so ein Ding für sich, ne? So, mein Kleinling. Zumindest bekomme ich jetzt wieder ein Herz. Das ist ja schon mal ein kleiner Anfang, ne? Vier Lumps. Eigentlich lohnt es sich ja, die Säcke gar nicht mitzunehmen. Denn die zwei, drei Lumps, die da teilweise drin sind, äh... Ja, ne? So, hier rüber. Moment. Ne, hier links ist nichts. Hat mir so ein bisschen verdächtig ausgesehen, weil hier, ne? Die Wolken davor waren. Aber so kann man sich täuschen, ne? Na, nimm doch jetzt den Lumpen mit. Einfach mal ein bisschen warten, ne? So, äh... Ich hole mir mal vorsichtshalber das Herz hier. Werd' dann mal versuchen, hier reinzukommen. Und das ist alles wieder für so ein paar mickrige kleine Lumps. Aber auch die wollen mitgenommen werden, ne? Moment. Da oben, da oben links ist ein Help Me, oder? Wo, wo? Habe ich mich doch nicht verhört? Die hier, und... Oh Gott. Die Steuerung ist echt anstrengend, ne? Na, kommt runter. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. So, der letzte Kleinling. Es war der letzte, ja. Oh, wir haben das mit den Lumps doch noch hingekriegt. Party! So, einmal weiter. Boah, die Parts hier werden irgendwie immer länger, ne? Wir sind schon wieder bei fast 20 Minuten, ne? Oder sind bei 20 Minuten, ne? So, was hätten wir denn hier? Himmlische Sonate. Aber, äh, ich würde sagen, wir rubbeln noch kurz unsere zwei Glückslose frei. Und dann werde ich hier den Part auch beenden, ne? So, einmal 1000 Lumps für uns. Ich hätte gern wieder 6 Stück. Die 10.000 Lumps, die waren echt gut. So, nochmal. Ein neues Kuscheltier. So, einmal zurück. So, Leute, bevor es aber hier weitergeht, würde ich sagen, ich mache hier eine kurze Aufnahepause. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Rayman Legends.